Also zum Betriebsklima kann ich sagen, das ist meiner Einschätzung nach überdurchschnittlich gut hier. Auch aus meiner Erfahrung in anderen Betrieben, wo ich vorher beschäftigt war. Erstmal, es gibt sehr viele junge Leute hier und ich habe nicht nur Kollegen, aber auch sehr viele Freunde hier gefunden. Und das macht mir Spaß, also es macht mir Spaß, zum Arbeiten zu kommen, ehrlich gesagt. Jeden Tag spreche ich am Telefon mit französischen Kunden und das hat mir auch viel geholfen, diese Sprache wirklich zu perfektionieren. Dadurch, dass so viele europäische Kulturen aufeinandertreffen, ist natürlich Europa. Bei Fixma ist es Europa. Dieses Multikulturelle dann so, auch in der Mittagspause beispielsweise, das ist total genial. Also man kann es eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen, man muss es einfach erleben, das ist Tatsache. Wir erleben so viele Sachen, dass man dann so einen wichtigen Zusammenhang hat, auch außerhalb der Arbeit. Also Shopping zu machen oder was zu trinken oder am Wochenende auch. Manchmal fühle ich mich wie zu Hause. Ich spreche Ungarisch, meine Mutter sprache fast jeden Tag hier und das ist super. Und das macht mir mein Leben auch hier ein bisschen einfacher. Also ich fühle mich nicht wie ein Ausländer. Wir geben sich gegenseitig Tipps, was kann man machen und wo kann man hingehen, wo muss man hingehen, um halt administrative Sachen zu erledigen. Im Grunde genommen ist Fiximir eine ganz große, ganz junge Familie, die Multikulte ist. Und das ist das sehr Reizende an der Firma. Die Hierarchie ist bei uns sehr flach. Bei uns kann jeder alles wissen, alles fragen und bei uns wird auch immer geholfen normalerweise. Also es ist sehr selten, dass jemand mal kein Ohr für einen hat. Mit den Jahren habe ich ja Erfahrungen gesammelt. Und wenn ich das nochmal weitergeben kann, das ist dann für mich eine Rekonnaissance, sagt man auch Französisch.